Köln ist meine Heimat, wo ich viele Jahre verbracht habe, wo meine Familie lebt und mittlerweile ist Oldenburg auch schon mein viertes Jahr, wo ich einfach viele meiner besten Freunde leben, leben habe und einfach mich hier auch schon sehr zuhause fühle, also es ist so eine zweite Heimat geworden. Was ist der Köln? Schnitzel, Kraftraum, weil ich hasse Laufen, Köln, weil Köln besser schmeckt. Ulm, weil ich einfach drei Jahre dort gespielt habe und einfach eine ziemlich gute Zeit hatte, das Jahr in München verlief nicht ganz gut für mich. Buch, als Buchautor habt ihr wahrscheinlich auch nichts anderes erwartet. Das ist diese Saison echt eine schwere Frage. Kann ich noch gar nicht so genau sagen, aber ich finde das Auswärtstück war eigentlich glaube ich ziemlich cool. Story. Die Siege plus eins fühlen sich eigentlich deutlich besser an, aber ich wünsche im Laden, dass wir mehr 25er-Siege haben. Höhepin Summit Funhal action Tut Your